Ja, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und ich hab jetzt nichts gemacht. Ich hab mal, äh, es ging nachher zu laden. Äh, ich muss mal gucken, äh, wenn es jetzt klappt, klappt es. Wenn nicht, äh, wird das keine Folge geben. Äh, aber wenn ihr das schon seht, dann hat es eine Folge gegeben. Wir machen nochmal gerade hier diesen Typ raus, den Typ weg. Ah, auf jeden Fall. Jawoll, Hammer. Gehen wir mal hier rüber. Gehen wir mal hier rüber. So, äh, gucken wir mal da. Ende, perfektes Geil, Ende! Hab ich's erwischt, hab ich's erwischt, hab ich's erwischt. Komplett, ne? Guten Tag. Sehr gut. Okay. Oh, ich finde das sehr gut. Ich hab die Crack abgeballert, guck mal, der da liegt. So, jetzt fahren wir, gehen wir mal weiter, ne? Dann speich ich mal direkt mal ab. Ach, na sowas, hab nen kleinen Bewunderer. Da ist einer. Da ist gerade rausgelaufen, kann das sein. Oh. Oh. Das ist nicht mit ner Frau. Ah! Guck wie die da steht! Das ist wieder so ne, ähm. Weil die, ähm, ähm. Ach, die Entwickler, das steht dann dann so. Ja? Dann nehmen sie die und, äh. Führen die ein. Führen die. Da wird dann eingeführt. Hahaha. Nur was wird eingeführt, das ist die Frage. Was ist denn hier für... Was ist das hier für ein Teil, ey? Ich geh mal hier rein. Gott. Ich geh mal hier grad durch, guck mal, mach. Einfach mal so zu schauen, was ist denn hier das? Was ist denn das hier? Boah, die sieht ja ekelhaft aus. Ich geh mal froh, guck mal, guck mal. Ja? Cooler Körper, scheiß Kopf. Buah. Aber hier, guck mal. Scheiß ist das nicht hier, dann gehen wir mal hier raus. War aber sehr interessant, mal hier durch zu gehen. Jetzt hat's sich bewegt wieder. Cool. Oh, Mann. Ich sage dir das nicht. Sch 175 für 3.000 wonen Auto. Und wie war es? Oh, Mann? Was ist das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, dass wir als ich sie nicht. Es gibt wieder Leute, die so hier rumliegen. Ablenkungsmanöver. Was ist das eigentlich? Das hier. Das hier. Gasrohr. Äh, Entschuldigung. Er, das wollte ich eigentlich nur wissen. Da ist er doch. Äh, ja. Hilfe, Hilfe. Ah, ja. Sie sind so am Leben lassen eigentlich. Äh, hallo? Hey, guck mal. Oh, komm, fülle ich dir mal das X rein. Nochmal X rein. Okay, wir laufen nochmal. Oh, komm. Ah! Das war's für heute. 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 Das wird schon ein bisschen was geben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. Das war's für heute. 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 Da, da, da. Nee, eins. Eins, Junge, eins. Ich drücken und weglaufe! Ich drücken! No way, drücken! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich habe schon wieder was sie nie kriegt hier. Hier hängen wieder welche, guck mal. Guck mal hier, da hängen schon wieder welche. Jetzt müssen wir ja gerade was gucken. F5, nochmal drücken, go. Legale Aktivitäten, aber hier nicht. Nichts. Entferne meine Schuss! Hey, Mech! Lass mich in den Buren! Komm! Geht aber! Scheiße! Da war's mal gar nicht. Schnell! 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 Noch mal! Hahaha! Ich werde dich vernichten! Hier ist was gebacken. Ach Scheiße ey. Vielleicht irgendwann könnte es sein, dass ich die wieder abkackt. Aber wir haben ja schon mal ein paar 18 Minuten. Dann haben wir noch mal. Was wollt ihr denn von den Gangstern hier? Ey! Krieg dein Leben auf die Reihe! Ja du auch! Nimm dir ne schöne Frau, mach ein paar Kinder. Damit du dein Leben auch auf die Reihe kriegst. Ach du Scheiße, was liegt denn hier? Oh wow 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 wow! Polizeischutzbrille! Fett! Warte! 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 Es gibt ja Geld! Was? Warte! 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 the Warte! Gewöhnlich, naja gut. Die sind alle höher. Was haben wir denn da eigentlich? Was ist das eigentlich für eine M10 ausgerüstet? Boah, sogar die ist höher. Das ist aber auch eine M. Selten, episch. Ich hab das, das ist eine epische. Nehmen wir es auf. Wir gucken mal, haben wir denn von denen jetzt ein bisschen besseres? Ein bisschen bessere Waffe? Nein, haben wir nicht. Die will ich aber behalten. Dann nehmen wir die Schrotflinte. Da haben wir die Schrotflinte was besseres. Nur der Tee. Episch. Die nehmen wir. Oh, die haben noch schöne mutige Fertikation, Crunch und sowas. Sehr gut. Ähm, dann gehen wir auf Rucksack. Gehen wir mal auf Waffen. Und dann gucken wir mal, was wir hier auseinander nehmen. Jetzt erstmal nehmen wir die auseinander. Z. Ziemlich zügig. Dann haben wir hier. Den nehmen wir auseinander. Den nehmen wir auseinander. Erstmal nehmen wir die auseinander, die zu sehr down sind. Den nehmen wir auseinander. Den. 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 Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier. Der würde nur das nehmen. Das. 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 Die hier. Die nehmen wir auseinander. Die nehmen wir auseinander. Ach, was ist das los? Jetzt können wir mal gerade. Körper. Hier. Kleidung. Journal, Charakter, ne, oh, schon wieder, verfügbare Punkte hier, uuuuua, jetzt machen wir mal auf Intelligenz, Breach Control, Quick Axe, die hauen wir jetzt mal eine rein, und dann gehen wir hier rein, und gucken mal, was haben wir denn, Beach Control, schaltet die Dämon massive Verwendbarkeit, das nehmen wir mal, ne, hier, was haben wir hier, er hört den Brech, Breach Control, Breach Control, 20%, Quick Axe, Quick Axe, die haben wir ja alle, hier, die Elemente, das hier ist, ob das was bringt, ich hab keine Ahnung, aber wir sind auf 20, das ist nicht gut, Was wollen wir noch machen, Inventar, Charakter, Werte, äh, eh, ay ay Inventar, jetzt komm, jetzt müssen wir den mal gucken, ob wir hier Loot haben werden, der ist nichts, der ist nichts, der ist nichts, Hüte sind schon mal scheiße. Ähm, Oberkörper... Das, 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 das... Die Oberkörper kann man auch... ...ne Tonne kloppen. Äh, der ist sogar höher hier. Äh, Panzerraum. Mindestlevel 22. Okay, Hosen. Achso, wir konnten hier das Dreck hier zerlegen. Okay, die kann man doch vergessen. Dann zerlegen wir die direkt. Die kann man vergessen, zerlegen wir direkt. Die und die. Genau, dann gehen wir noch auf die Hüte. Dann gehen wir noch mal hier. Können wir auch direkt mal zerlegen. 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 Da brauchen wir jetzt... Ah, das können wir auch anders machen. Das haben wir hier. Dann zerlegen wir das auch mal. Zerlegen wir das. Zerlegen wir das. Zerlegen wir das. Zerlegen wir das. Das brauchen wir nicht. Das Brillen. Die waren was höher. Der war höher. Panzerraum. Zerlegen der. Das kann man doch machen. Ja, dann haben wir hier. Die können wir zerlegen. Die ist sogar niedriger. Das Nichtre? Okay, Oberkörper.. Der wird ziehen und der brauchen wir. Zerlegen im Gra Потому. dann mal hosen glaube ich hier hat man nichts mehr die schuhe der ist höher das sehen wir die an die stiefel sind auch höher aber egal da kann man die hier weg machen und die weg machen schon mal auch mal cool dann haben wir hier was haben wir hier so gewöhnlich 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 gewöhnliche sagt kann man ich auch mal verkaufen was will man da mit schimmig ey was will man da mit was haben wir hier eigentlich vier meter explosiv radios 603 schaden 15 meter explosiv radios aufklärungs rakete nicht tödlicht ausgerüstet landgranaten naja ist egal ich dachte da kenne ich mich gar nicht mehr wie ich mich gar nicht aus ey scheiße ey cyberware da kann man auch nichts machen glaube ich will mal cyberware die augen gefühlbarkeit augen hier was haben wir hier keine erlaubt es dir den exakten explosions radios deiner granate zu sehen erhöht die kritische trefferschance um fünf prozent eine keine deiner waffen ist tödlich kopfschüsse verurte und keine zusätzlichen schaden smart waffen greifen zu den gliedmaßen an keine deiner waffen ist tödlich kopfschüsse verurten den schaden ja ok wo man jetzt hier einsteigen wir gehen auf jeden fall mal weiter jetzt haben wir jetzt mal f5 und haben wir ja ein paar sachen jetzt gemacht ich sehe das gespeicherte immer nicht weil das da oben ist dieses da wo das gespeicherte das gespeicherte ist immer dann da wo ich aufnehme mit genau super wir gibt es nicht zur kapelle haben wir hier nicht noch was ja ach guck mal oh meine hand schläft ein hallo Reiß euch zusammen! Die Waffe ist ja, der ist ja wohl Hammer, das kann ja nicht sein, ey. Meine Waffe ist nicht tödlich, guck mal, die bewegt sich im Schnoch. Siehst du, meine Waffe ist nämlich nicht tödlich, aber füllen hier einen Zweck. Erfüllen hier einen Zweck. Wow, ich sehe was los. Ich bin hier voll auf Tötungskurs, vermerke ich gerade, kann das sein? So, mal gucken, was haben wir noch, so hier auf dem Tisch, hier liegt noch einiges. Oh, yes. Oh, yes. Das war's für heute. Oh, wow, wow, wow. Ich bin irgendwo reingeraten. Aber ich habe gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe gespeichert. Also müssen wir mal gucken, was da ist. Ich habe gespeichert. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Entschuldigung, warte. So, da bin ich wieder. Eigentlich speichere ich immer ein bisschen. Der hätte jetzt irgendeine Falle. Mal gucken. Wo war das denn jetzt? Wo ich jetzt wieder rein zupfe? Es könnte sein, dass ich wieder rein tapse. Hier, ne, das ist das doch, ne? Entschärfen, genau, das ist es. Wo ich reingetapst bin, ja. Genau. Wo bin ich wieder zurück, zurück, zurück. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Okay, wieder entschärfen. Okay. Aufpassen, gucken wir mal, ob da noch was ist. Man hört's, man hört's, man hört's, man hört's. Sehr gut. Das war mal was anderes, ne? Das war ein bisschen anders, oder? Minikiste explosiv. Ah, man muss manchmal doch ein bisschen schwer aufpassen, was man hier macht. Schweine. Vermiht, ey. Vermiht haben sie das hier. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Toll. Ja, na super. Ich dachte, wäre viel, viel besser. Was haben wir denn hier, ey? Okay. Ja, ist nicht viel. Ist halt, äh... Geht ja, Schutzgebiet oder irgendwas. Aber super, wir haben ein paar Karten hier vorne nachgelassen. Ich dachte, wäre ein bisschen mehr Sachen, aber nein, nein, nein. Wie soll ich... Warum sollte ich denn nicht mehr finden hier, ey? Wäre ja gemein, wenn es so wäre. Euro-Dollar. Euro-Dollar kann ich mal versuchen. Ja, gut. Ich habe wieder, glaube ich, alles hier geschafft. Ich habe auch in eine Mine getreten, wie immer. Ja, wie immer nicht, aber... Man ist zu gestört, äh, gestört. Wollte ich gerade sagen? Man ist zu stürmisch. Was ist da wieder? Ne, nur drei. Wo haben wir denn da? Meinst du, die kann ich abschießen? Wer ist das denn? Warte mal gerade. Ich gucke mal gerade, wer ist das denn? Streifenpolizist, okay. Ey, ich war halt ein Streifenpolizist abgehört. Was machst du da? Chemieunfall, ach du Scheiße. Ich gehe besser. Hier voll das Parkhaus. Kann man da rein? Ey, die haben das ganze Ding ausgeräuschert. Kann das sein? Wie, ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Auf einem Gelände von Re-Ware Career Services steht ein Van. Den sollst du klauen. Wenn du wissen willst, was drin ist, scann mal den Anhang. Also. Kapelle-Eingang, vier Kilometer. Jetzt habe ich das nicht verfolgt eigentlich. Scheiße, warte mal gerade. Kann man das auf der Karte sehen? Hier das, ne? Auftrag, ich verkaufe diese feine Lederjacke. Begib die in Gebäude in unser Revier. Mal gucken, was stehe ich gerade vor, ne? Wahrscheinlich, oder? Ach da. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht diese Folge. Außerdem habe ich meinen Joystick gar nicht hier gerade. Sonst müsste ich ja... Ich weichere mal gerade ab. Aber wir können ja was machen. Ich bleibe uns erst mal hier stehen. Mal gucken, ob sie irgendwas sagt, die Frau. Weil hier ist irgendwo eine Kamera. Irgendwo ist hier eine Kamera. Hier. Im Gebäude. Im Gebäude. Im Gebäude ist eine Kamera. Mal gucken, ob ich gleich tot bin. Da stehen auch noch Felsche. Was ist das denn? Was ist das denn? Wer hat denn mal hier? Die Leute, die Leute, die Leute! Nicht schießen! Total polatt jetzt. Ja, die sind alle von allen Seiten, die kommen. Aber ich habe eine Idee, weil das eine Teil interessiert mich, wo ich jetzt gerade dran war. Das interessiert mich jetzt viel mehr irgendwo. Warte mal gerade. Warte, warte, warte mal. Das andere, um die Ecke, das interessiert mich jetzt.